Bernd Heinz vom Wasserwerk Hengsen erklärt die Arbeitsschritte, wie aus dem Flusswasser der Ruhr Trinkwasser gewonnen wird. Dieser Prozess dauert drei bis vier Tage. Zuerst entnehmen wir der Ruhr Wasser, leiten dieses Wasser dann in entsprechende Stauseen oder Vor-Sedimentationsbecken. Dort kommt das Wasser zur Ruhr und erste große Schwebeteilchen können sich in Ruhr absenken. In Hengsen dient ein kleiner Stausee als Sedimentationsbecken. Im Überlauf zum Kiesvorfilterbecken befinden sich Kaskaden zur Sauerstoffanreicherung des Wassers. Das unterstützt mikrobiologische Reinigungsprozesse im Kiesfilter. Von da wird das Ruhrwasser in die nächsten Filterbecken geleitet. Denn nach Sedimentation und Kiesvorfilter sind weitere Reinigungsmaßnahmen notwendig. Im nächsten Schritt fließt das Wasser durch langsamen Sandfilter. In den feinkörnigen Bodenschichten bleiben alle gröberen Bestandteile hängen. Biologisch-physikalisch ist das Wasser jetzt vorgereinigt. Es sickert durch den Boden ins Grundwasser und wird an anderer Stelle mittels tiefer Brunnen wieder aus der Erde gepumpt. Das naturnahre Verfahren, das wir heute haben, holt quasi viele der klassischen Stoffe heraus, die wir haben. Das Verfahren reicht aber nicht aus, um jetzt Arzneimittelrückstände oder Industriechemikalienrückstände herauszuholen. Dafür ist ein Schlagwort Aktivkohle. Das ist die Kernstufe unserer erweiterten Wasseraufbereitung, in die wir investieren. Aktivkohle hat eine große Wirkung. Solche kleinen Mengen von Aktivkohle, hier sind es vier Gramm, haben die Oberfläche von ungefähr einem Fußballfeld, haben eine sehr große Fläche, sodass dann Spurenstoffe, die im Wasser sind, sich dort anlagern können und von der Aktivkohle gebunden werden und dann entsprechend nicht mehr im Trinkwasser enthalten sind. Das ist unsere Kernmaßnahme, die wir haben. Nach dieser Vorbehandlung durchläuft das gefilterte Grundwasser noch weitere technische Verfahren, um die hohen Anforderungen an die Reinheit des Trinkwassers zu erreichen. So wird es entsäuert und eine zusätzliche UV-Lichtdesinfektion stellt sicher, dass es auf seinem Weg vom Wasserwerk zum Verbraucher bakteriologisch einwandfrei bleibt.